Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 11.10.2018. Ihr Röte Geek Talk Daily 479. Und ja, heute ist wieder meine Stimme hier im Apparat. Ich habe mich um einen Tag vertan für all diejenigen, die heute den Achim erwartet haben. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Morgen kommt der Achim für mich, denn ich bin an der Konferenz, wie gesagt. Und ja, es war spät, spät am Morgen oder früh am Morgen, besser gesagt. Ja, die Themen für heute. Echtzeit, WhatsApp, 10 Jahre, Spotify, Milliardenstrafe, Carpool, Karaoke, Doc-Anschluss, 60.000 Patente und 8,5 Millionen. Echtzeit, das ist, oder Echtzeit, Greenscreen-Verarbeitung. Um das geht es beim ersten Thema. Apple hat schon Ende 2017 eine Firma aufgekauft aus Dänemark. Ein kleines Start-up, das sich eben mit dieser Technologie auseinandergesetzt hat, wie man genau solche Greenscreen-Geschichten auf einem Smartphone machen kann, ohne eben einen Greenscreen dahinter zu haben. In relativ einfach und sinnvoll und vor allem schnell und intelligent und auch noch gut ausschauend. Schaut euch doch mal das Video an. Es schaut wirklich spannend aus. Und ich freue mich schon auf die Apple, die den Dienst integriert bekommt. Auf macOS, iOS oder wo auch immer. Es geht weiter mit Sicherheitslücken. Nachdem in der letzten, vorletzten Woche Facebook damit zu kämpfen hatte, geht es wieder in Richtung Facebook. Genauer gesagt bei WhatsApp. Da gibt es jetzt eine, oder da gibt es, gab es, so muss ich sagen, eine Sicherheitslücke, bei dem ein Anruf genügte, über den dann ein Code eingeschleust werden konnte, deine App abstürzen lassen und noch Schlimmeres hätte machen können. Zum Glück meldete man das frühzeitig an WhatsApp. Somit wurde das gefixt vor einem Monat circa bei Android. Jetzt vor kurzem circa eineinhalb Wochen auch bei der Apple-eigenen Version von WhatsApp. Und ja, wer auf den Dienst WhatsApp setzt, sollte schauen, dass er das aktuellste Update installiert hat. Dann ist er nämlich von diesem Fehler befreit. Das gilt ja generell. Einmal, zweimal in der Woche sollte man in den App Store der Wahl, egal ob Play Store oder von dem von iOS schauen, und Updates installieren. Das ist wichtig, wie ich finde. Und nicht nur ich. Ja, zehn Jahre Spotify. Es ist, oder besser gesagt, war gestern soweit, Spotify ist vor zehn Jahren auf den Markt gegangen. Damals, wo man, oder wo Apple, Deezer und Co. endlich mal geschafft haben, die Leute davon überzeugen, Musik zu kaufen, ging es dann eben ab, Musik nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch zu mieten monatlich. Und das ist ein Erfolgsmodell, wie wir heute wissen. Spotify hat viele, viele Kunden, hat zwar keinen wirklichen Gewinn, den sie drausschlagen können, da haben andere doch deutlich bessere Möglichkeiten. Und ja, mal schauen, wie es mit Spotify weitergeht. Ich drücke denen die Daumen, dass sie noch lange da sein dürfen, bleiben können, wie auch immer. Noch lange da sein werden sicherlich auch die EU, genauso wie Google. Die beiden haben sich aber aktuell nicht ganz so lieb, denn die EU verklagt ja Google, das hatten wir schon mal in der Daily, glaube ich, diesen Sommer oder Frühling, auf 4,34 Milliarden Euro. Also richtig viel Geld, eine Strafzahlung. Und da hat Google jetzt darauf reagiert, nach dem Motto, nee, bezahlen wir nicht, denn die Dinge, die ihnen vorgeworfen würden, stimmen nicht ganz, denn sie haben durch ihr Modell eine Vielfalt auf den Markt gebracht von verschiedenen Smartphones, wo der Kunde schlussendlich auch wieder davon profitiert. Und es gäbe Hersteller, die sich nur für die teuren Kunden interessieren, blablabla. Ja, Seitenhieb in Richtung Apple, ganz klar. Auf jeden Fall geht's in die nächste Runde. Wir dürfen gespannt sein, ob Google und wie viel Google schlussendlich bezahlen darf für das Ganze. Fans von Carpool Karaoke dürfen sich freuen. Es geht nicht mehr lange, übermorgen genau gesagt, morgen geht's in die nächste Runde. Ab sofort, sprich eben, morgen kommt dann jede Woche eine neue Staffel, jeweils am Freitag, wie gesagt, am 12. diesenfalls, kommt die erste Folge online. Und dann sind Stars mit dabei, Miss Piggy, Jason Sudesu, jetzt habe ich genau den Namen genommen, den ich nicht aussprechen kann, Rashida Jones, Snoop Dogg etc. sind da mit dabei. Wer noch mehr wissen möchte, liest den Link bei uns in den Shownotes. Oder klickt auf den Link bei uns in den Shownotes, da kommt ihr zum Beitrag, wo das Ganze beschrieben ist. Mögt ihr euch noch an den Aufschrei erinnern, damals als Apple den 30-Pin-Stecker durch den Lightning-Anschluss ver... ja, wie sagt man dem? ähm, ähm, ausgetauscht hat. Das war, ist, oder pass auf, ist erst sechs Jahre her. Und doch war das ein Riesenaufschrei. Heute ist ein jeder glücklich, der eben genau so einen Stecker nutzen kann. Ich sage immer nur wieder das Gleiche, egal wie du ihn einsteckst, er passt. Und ja, was ist, Apple stellt den 30-Pin ein. In dem Sinne hat es das schon lange, weil das Produkt, oder den Stecker gibt es nicht mehr. Was es aber gab, ist ein Adapter von 30-Pin auf eben Lightning, wo man noch alte Hardware, Dockingstationen und Musikanlagen etc. somit nutzen könnte. Wer also noch eine alte Stereonlage hat, mit eben so einer Dockingstation für einen 30-Pin-Adapter, der 30-Pin-Anschluss, der sollte sich unbedingt noch einen Adapter kaufen, weil Apple nimmt dem von Markt. Ich denke, nach sechs Jahren darf man das auch mal tun. Dann gehen wir rüber zu Microsoft. Und die sind wieder mal in Geberlaune. Wir hatten es diese Woche schon mit MS-DOS, was sie der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt haben über Open-Source-Plattform. Jetzt geht es weiter. Microsoft ist dem Open Invention Network beigetreten, kurz OIN. Dieses Netzwerk hatte sich zum Ziel gemacht, Linux zu schützen vor Patentklagen von anderen Firmen. Und Microsoft möchte da jetzt beitragen und hat 60.000, laut eigenen Angaben, Patente in diesem Bereich jetzt mit eingestreut, so dass eben viele andere Firmen, die auf Linux-Betriebssysteme und Möglichkeiten setzen, nicht mehr verklagt werden können für diese Dinge. Natürlich auch nicht von Microsoft, logischerweise. Aber da Microsoft ja selber ganz stark in die Richtung fungiert, ist das sicherlich nicht der falsche Weg. Microsoft macht da ja sehr vieles in die Richtung. Zu guter Letzt geht es noch mit etwas Kuriosität. Rewe sagt Danke und bucht 8,5 Milliarden Euro ab. Das ist ein Titel, der so nach Clickbait klingt, ist aber nicht ganz so lustig, denn es gab eine Kundin, die eine Sparkassen, irgendeine deutsche Banken-App genutzt hat, um nachzuschauen, ob sie, ja, wie viel Geld noch auf dem Konto ist und so weiter. Und wurde da ein bisschen, ja, blass um die Ohren, konnte man falsch sagen. Denn in der App stand ganz unten, dass sie ein Minuskonto, also Minusstand hat auf dem Konto von 8,59 Milliarden Euro und 42 Cent. Das ist das ganz Spezielle daran. Und davor stand Rewe, sagt Dank. Weder Rewe noch die Bank von hier wussten Bescheid und keine Ahnung, was das war. Und nach ein paar Tagen hat man dann herausgefunden, ja, dass das Ganze daran liegt, dass die Dame eine alte Version der Banking-App nutzt. Sehr unschön und auch da sieht man wieder mal, nicht alles, was digital ist, glänzt oder so ähnlich. Ja, macht eure Updates. Mit dem habe ich ja die Sendung begonnen und mit dem höre ich jetzt die Sendung auch wieder auf. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Diesen Mal wirklich so. Euch ein schönes Wochenende schon von mir aus. Morgen kommt der Achim für mich eingesprungen. Bis bald. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.